Musik Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal und heute gibt es die Kritik zum Action-Thriller-Film American Assassin mit Dylan O'Brien und Michael Keaton in der Hauptrolle. Dylan O'Brien sollte, denke ich mal, allen bekannt sein, äh, nicht allen bekannt sein, deshalb, ähm, ihr kennt ihn alle aus Maze Runner, wer, äh, die Filme auf jeden Fall schon mal gesehen hat, da hat er den Hauptdarsteller nämlich gespielt und wird auch im dritten Teil, ähm, den Hauptdarsteller spielen. Da gab es ja einige Probleme bei diesen Dreharbeiten zu Maze Runners, dazu aber dann mit meiner Kritik im Januar, glaube ich, kommt der Film raus, ich weiß es nicht mehr jetzt genau. Und wir haben noch Michael Keaton am Start, da sollte ich, denke ich mal, nicht groß viel zu sagen müssen, als, äh, also die beiden sozusagen als, ähm, Protagonisten in der Hauptrolle und der Antagonist wird gespielt von, äh, Taylor Kitsch, also sage ich jetzt mal, kein unbekannter Cast, muss man sagen. Äh, wie gesagt, der eine oder andere dürfte Michael Keaton kennen, dem anderen wird vielleicht Dylan O'Brien nicht sagen, aber für meine Verhältnisse ist das auf jeden Fall ein bekannter Cast und ich hab mich auf den Film gefreut, weil die Trailer sahen relativ gut aus und das Ganze ist auch wieder so eine Sache, die spielt auch in der jetzigen Zeit. Das kann alles zur jetzigen Zeit passieren. Wenn man eben mal als Beispiel gleich mal die Anfangsszene von American Assassin nimmt, indem wir einen Amoklauf haben, der sich am Strand von Ibiza, ähm, widerspiegelt, dann ist das das, was uns definitiv über jeder Zeit irgendwo passieren kann. und das stellt American Assassin echt wirklich gut dar, muss ich sagen. Also, diese erste Szene, ähm, im Film, die fand ich schon relativ krass. Der Film, ich möchte ganz kurz umschwenken, hat in einigen Kinos ein FSK 16, in anderen habe ich aber wirklich auch schon gehabt, äh, dass die gesagt haben, nö, FSK 18. Ich würde sogar ein FSK 18 stellenweise echt schon bevorzugen, muss ich sagen, weil der ist doch schon ganz schön, äh, extrem, vor allem aber auch diese erste Szene, ne, das war ja genauso in dem Film, äh, in dem Videospiel, ich weiß, ich schwenke jetzt mal ein Film auf Videospiel ab, aber wenn wir uns mal an Call of Duty Modern Warfare 2 erinnern, diese Szene am Flughafen in der deutschen Version, äh, auch wenn der Film, äh, auch wenn das Spiel ab 18 war, durfte man die, die, äh, konnte man mal, wo man an dem Amoklauf teilnimmt, ähm, äh, sobald man dort auf Zivilisten geschossen hat, war die Mission beendet und in der amerikanischen Version konnte man das trotzdem machen, ja, und deshalb, äh, denke ich, dass auch American Assassin meines Erachtens eher ein Film, äh, ab 18 ist. Ich meine, klar, wir sind in der heutigen Zeit und da ist es so, ab 16, äh, da machst du, da guckst du 18er Sachen oder, ähm, äh, zockst irgendwelche Spiele, die ab 18 sind, aber der Film war echt, äh, so vom Niveau her, meines Erachtens FSK 18, auf jeden Fall, ähm, das muss ich an der Stelle mal so sagen. Das Ganze basiert auf einem Buch, das wurde übrigens, äh, geschrieben von Vince Flynn, ähm, auch die Produktion dieses Films, also von American Assassin, die hat sich ganz schön hinausgezögert. Schon 2008 hatte man sich die Rechte gesichert, äh, und damals wollte man für die Rollen, äh, Gerard Butler, Colin Farrell oder Matthew Fox haben, also die, das Mitch Rap, ich komm gleich zu der, äh, Story, aber da gab's halt immer wieder Probleme, ähm, weil die CBS-Filme damals, ähm, nicht so gut angenommen wurden, deshalb wurde die Produktion verschoben. 2010 wollte man erneut mit dem Ganzen wieder, äh, anfangen. Dann hat man das Ganze allerdings aber auch erstmal wieder auf den Februar 2012, äh, gesetzt und erst im Frühjahr 2016 mit einem erneuten Regisseurwechsel, einem erneuten Drehbuch, äh, ein Drehbuchautorwechsel kam es dann endlich mal dazu, dass man mal gesagt hat, jo, alles klar, wir machen das. Gut, kommen wir ganz kurz zu der Geschichte von American Assassin. Worum geht's eigentlich, damit wollte ich jetzt, äh, am Anfang anfangen, aber ich bin schon gleich wieder abgeschweift davon, ähm, es geht um, äh, den Studenten Mitch Rap, der, wie gesagt, am Strand von Ibiza seiner Freundin einen Heiratsantrag macht und dabei kommt es zu einem Terroranschlag, bei dem seine Freundin stirbt und er schwört Rache den Terroristen. Er versucht selber, eine terroristische Organisation zu finden, das macht, äh, die CIA auf ihn aufmerksam und er wird in ein Programm gebracht, das von Stan Hurley geleitet wird, ein alter Hase der CIA, der sich, äh, vor allem mit dem Aufspüren von Terroristen befasst und, äh, in diesem Trainingslager lernt er halt auch die meisten, ähm, Tricks kennen und zur gleichen Zeit, äh, stiehlt Ghost eine, einige wichtige Teile, Ghost gespielt von Taylor Klitsch, also der Gegenspieler der beiden, ähm, Stan Hurley wird übrigens gespielt von Michael Keaton, sollte eigentlich klar sein, ähm, ähm, stiehlt Ghost einige Teile, die man zum Bauen einer Atombombe benötigt und möchte diese eigentlich verkaufen an, äh, den Iran, die da, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Rolle mitspielen und die beiden mit Rap und, äh, Stan Hurley werden eben auf Ghost aufmerksam und versuchen diesen dann in Istanbul zu stellen beziehungsweise dann am Ende in Rom, ja, das also mal ganz kurz zur Geschichte, wie gesagt, es geht jetzt nicht groß darum, wie das Ganze ausgeht, nee, das möchte ich auch nicht sagen, ähm, das sollte dann jedem, äh, selber lassen sein, wie das Ende ausgeht des Films und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, American Assassin war kein schlechter Film, der Film wird, äh, na klar, in den, äh, in den, äh, Kritiken, die man so liest online, wird er nicht so gut dargestellt, aber American Assassin ist einfach ein Film, der, der macht Laune auf jeden Fall, der hat echt wenig Längen, wenn sogar überhaupt gar keine, da tauchen fast keine Längen im Film hoch und das finde ich echt gut, muss ich sagen an der Stelle, weil, wenn du einen Film hast, der, äh, 112 Minuten geht, da gibt's auch schon Filme, wo du denkst, alter, wird der Film hoch, geht der mal zu Ende, geht der mal zu Ende, wie, ja, geht's doch immer noch, wir haben die Hälfte geschafft, krass, und American Assassin war es so, ähm, da war der Film auf einmal rum und du denkst so, okay, krass, das war's auf jeden Fall schon, warum nicht? Und deshalb fand ich American Assassin zur einen Stelle relativ gut, in der anderen sind die Action-Szenen und die, äh, Szenen, in denen, äh, Gefechte oder in denen geschossen wird, ja, die sehen auch wirklich richtig gut aus, muss ich sagen, ähm, hören sich auch vom, vom Tonschnitt her richtig gut an, ähm, was allerdings so zwei, drei Sachen sind, wo ich sage, jo, alles klar, deshalb ist das für mich keine 10 von 10 oder keine 9 von 10, ähm, ist, dass es nichts Neues ist, es ist im Endeffekt nichts Neues, was einen interessieren dürfte, weil, es ist genau wie dieses Klischee halt, ja, ein Junge wird in ein Programm aufgenommen, blablabla, ausgebildet, Kampf, blablabla, blablabla, und am Ende wieder, ja, alles klar, das typische Action-Thriller-mäßige, sage ich jetzt mal, was so fast immer auf den Plan kommt, das ist nichts Neues, das ist keine, äh, What-the-Fuck-Sache am Ende, nein, das ist halt einfach diese typische Leier, die in Action-Filmen, äh, durchgezogen wird, ja, ähm, auch so Drehbuch-Technisch sind da einige Schwachstellen dabei, wo man denkt, so, alles klar, das war jetzt vielleicht noch, ähm, so die Anfänge des Drehbuchs, aber man hat's dann eben gelassen, ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich kann, wie gesagt, wieder erneut keinen Vergleich zu dem Buch ziehen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber, ähm, ich fand den Film trotzdem so vom Unterhaltungswert richtig gut, und damit bin ich durch mit meiner Kritik zum Film American Assassin. Am Ende gibt es für den Film sieben von zehn möglichen Punkten. Ich bin an dieser Stelle raus, haut rein und ciao.